Liebe Freunde, hier ist euer Steinwallen. Wie angekündigt steige ich noch ein bisschen tiefer ein in das neue DLC für Harz of Iron 4 Arms Against Turney. Und zwar beschäftigen wir uns jetzt mit den vier Ländern, die ganz groß eine Rolle spielen in diesem DLC. Das heißt, wir gucken uns vor allem die Fokusbäume an und schauen, was dort passiert. Und in diesem Video möchte ich mich mit Finnland und Schweden befassen. Und wir starten mit Finnland. Finnland ist 1936 ein demokratisches Land, aber der Nationalismus ist auf dem Vormarsch. Außerdem gibt es die gefährdete Situation durch den schwierigen Nachbarn der Sowjetunion. Finnland hat einen Nationalgeist am Anfang, Sisu, das ist sowas wie Hartnäckigkeit, ein unübersetzbarer finnischer Ausdruck für die Widerstandsfähigkeit. Den gab es schon immer, allerdings ist das System dahinter ein bisschen anders. Ihr seht, Sisu bringt Moral und Verteidigung in Kerngebieten. So, und Sisu kann man verbessern. Da gibt es verschiedene Level, die mit einem anderen System zusammenhängen. Darauf komme ich gleich. Wichtig nochmal, Finnland ist außenpolitisch nah an Deutschland gewesen, wurde aber nicht jetzt rein, ja, wurde nicht streng genommen als Teil des Bündnisses, also als Teil der Achse wahrgenommen. Dementsprechend hat man Finnland hier auch als neutral beschrieben, spielmechanisch, um zu verhindern, dass die KI sehr schnell automatisch Teil der Achse wird, denn, ja, das waren schon getrennte Kriege, die hier gegen die Sowjetunion geführt wurden, auch wenn die Interessen sehr gemeinsam waren und man miteinander stark kooperiert hat. Das ist also ein bisschen schwierig, das zu gewichten. So, und was bei Finnland besonders wichtig ist und wie ich finde eine sehr, sehr interessante Mechanik ist, die Staatschef, die haben einen noch höheren Einfluss als sonst, denn sie haben alle eine persönliche Agenda. Ihr seht das hier bei diesem ersten, der hat zum Beispiel die persönliche Agenda Sozialismus abschaffen, weniger als ein Prozent Unterstützung für demokratische und kommunistische Ideologien oder mehr als neun Prozent Unterstützung, wenn das der Fall ist, dann sinkt das öffentliche Vertrauen, im anderen Fall steigt es und so weiter und so fort. Und finnische Souveränität, genau, die Kontrolle über einen finnischen Kernstall zu verlieren, wird das öffentliche Vertrauen reduzieren. Das beeinflusst das öffentliche Vertrauen. Was ist denn das? Wir kennen die Stabilität, aber jetzt gibt es noch was Neues, nämlich so eine Balance of Power hier für Finnland, nicht Pinnland, nämlich das öffentliche Vertrauen. Da gibt es dann fünf Level, die das erreichen kann mit entsprechenden Mali oder Boni. Und von diesen Leveln sind, also von diesen Stufen ist einiges abhängig, Stabilität, Kriegsunterstützung, aber eben auch dieser angesprochene Sisu-Wert. Das heißt, wenn wir hier ein sehr hohes Vertrauen haben, sehen wir plötzlich Verschleißrate minus 15 Prozent, Moral plus 25 Prozent, Angriff in Kerngebieten plus 25 Prozent, Verteidigung plus 15 Prozent, dann wird die finnische Armee sehr, sehr mächtig. Das heißt, man möchte so einen Führer haben, dessen Agenda mit den eigenen Zielen übereinstimmt und muss natürlich dann diese Agenda-Ziele erreichen, um hier das Vertrauen zu erhöhen. Da gibt es ja noch ein paar Entscheidungen, die damit zusammenhängen, aber das ist jetzt nicht so entscheidend. Es geht erstmal darum, das Grundsatzsystem zu verstehen. Es wird auch Entscheidungen geben, es wird Wahlen geben, dann kann man auch unterschiedliche Präsidenten wählen. Man kann auch zum Beispiel hier über ein Misstrauensvotum einen neuen Präsidenten bekommen mit einer anderen Agenda, die sieht man auch in der Vorschau hier schon im Tooltip. Also das ist alles damit verknüpft. Im Übrigen wird man dann auch, wenn es zum Krieg kommt, zum Beispiel zum Winterkrieg gegen die Sowjetunion, eine Militärregierung bilden und das ist zum Beispiel ein Weg, um Mannerheimen zum Präsidenten zu bekommen. Auch das ist hier über eine Entscheidung möglich. Ja, es gibt deutlich mehr Generäle als bisher finnische Generäle, die sehr stark natürlich jetzt einen Fokus haben hier auf Winter, Spezialist und Verteidigung. Das ist so das große Thema. Außerdem gibt es einen neuen Perk, der nennt sich Veteranenjäger. Das basiert so ein bisschen darauf, dass finnische Offiziere, Soldaten während des Ersten Weltkriegs in Deutschland ausgebildet wurden als Jäger. Davon profitieren die dann in diesem Falle und über den Fokusbau bekommt man auch noch mehr Generäle. Außerdem gibt es, wenn wir hier nochmal gucken, einen neuen Industriekonzern, eine Bergbaugesellschaft, um die Rohstoffproduktion auch noch ein bisschen zu verbessern. Und natürlich gibt es hier diese neuen militärisch-industriellen Organisationen für Finnland entsprechend angepasst. So, bevor wir zum Fokusbaum kommen, ein Wort zum Thema Winterkrieg. Da gibt es eine neue Mechanik, die dahinter steht, also Krieg gegen die Sowjetunion, der vermutlich ausbrechen wird. Denn die Sowjetunion wird in der Regel verlangen, dass ihnen hier dieser Staat übergeben wird, Kajala. Ja, das kann man natürlich machen, dann bricht kein Krieg aus oder man geht halt in diesen Krieg. Und jetzt ist es so, dass man aktiv Friedensverhandlungen fordern kann von der Sowjetunion, wenn man Leningrad 30 Tage besetzt hat, also 30 Tage hält. Dann gibt es eine Entscheidung, dann kann man Friedensverhandlungen verlangen und dann muss natürlich die SU noch zustimmen. Dann ist es möglich, einen weißen Frieden zu erringen. Wenn man währenddessen sogar Kontrolle über Murmansk, Onega und oder Olonez hat, dann erhält man auch noch eine oder vielleicht sogar mehrere dieser Gebiete. Die Sowjetunion kann in so einem Fall diese Anfrage auch ablehnen, aber das ist für sie mit einem sehr, sehr hohen Preis verbunden, nämlich es schwächt ihre gesamte Armee. Die ganzen, also diverse Kampfwerte werden dort geschwächt, sodass eine Weiterführung des Kampfes für die Findenden deutlich einfacher wird. So ist diese neue Mechanik dahinter. Okay, dann gucken wir uns jetzt den Fokusbaum an und das sieht erstmal überwältigend aus. Ich will es ein bisschen strukturieren. Wir haben hier den politischen Bereich mit dem, sagen wir mal, historischen Pfad in der Mitte, den kommunistischen, den faschistischen. Hier haben wir den Industriezweig, der für alle verfügbar sind und das Rechte ist dieser schon von mir vorgestellte, im ersten Video vorgestellte gemeinsame Pfad für alle Nordreiche, wenn die in einem gemeinsamen Bündnis sind. Dazu werde ich jetzt nichts mehr sagen, weil ich das in meinem ersten Video erläutert habe. Wir beginnen mal mit dem historischen Fokusbaum und diesem Industriefokusbaum, wo einiges dahinter steht, wobei ich natürlich jetzt nicht das alles einzeln vorstellen werde, sondern vielleicht nur ein paar interessante Aspekte. Vielleicht hier, also Infrastruktur ist klar, das kennt man, da gibt es dann spezifisch finnische Themen. Interessant hier im Armeebereich, fangen wir mal da vielleicht an, da gibt es mir diese Hauptentscheidung, Konsomen Mavuimat, ich weiß nicht, wird wahrscheinlich anders ausgesprochen, wird die finnische Armee nochmal allgemein insgesamt verbessert. Da gibt es dann der nationale Geist, kommt hinzu oder wird da nochmal angepasst um weitere, bessere Modifikatoren. Dann ist ganz wichtig, das hatte ich vergessen zu erwähnen, es hat sich hier in Finnland auch ein bisschen was auf der Karte getan. Es gibt ein paar angepasste Staaten, die verändert wurden, Rohstoffe wurden angepasst, neue, bessere Siegpunkte, Eisenbahnen, die Linien wurden aktualisiert und die Versorgungszentren neu organisiert und, und, und. Wichtig ist in dem Zusammenhang, die Infrastruktur wurde massiv reduziert in Finnland. Was bedeutet das vor allem, die Sowjetunion, wenn sie jetzt hier in diesen dünn besiedelten nördlichen Gebieten dort agiert, größere Probleme hat? Das Ganze wird also realistischer, dass man da nicht mehr so einfach kämpfen kann. Und, worauf ich jetzt eigentlich hinaus wollte, hier, Arland, das ist jetzt entmilitarisiert am Anfang, demilitarisiert seht ihr hier, für Truppen unzugänglich. Warum sage ich das? Weil es hier eben diesen Schwerpunkt gibt, um das zu ändern, wenn man das dann will. Da gibt es dann auch ein paar Stützpunkte, Abwehrgeschütze und ihr seht das Landbefestigung und ähnliches. So, dann haben wir auf der rechten Seite die legendäre Mannerheim-Linie und die Verteidigung, die man hier stärken kann. Einzigartig für Finnland ist die sogenannte Motti-Taktik. Ja, da ging es darum, dass man Einheiten, kleinere Einheitengruppen des Gegners isoliert hat und dann nach einer gewissen Zeit, also geschwächt hat dadurch und dann nach einer gewissen Zeit erledigt hat. Also, ihr müsst euch vorstellen, riesige Wälder, Winter, nur eine Straße durch diesen Wald und dann hat man wie sowjetische Panzerkolonnen oder Mottkolonnen durch Fällen von Bäumen oder so voneinander getrennt und dann hat man zugeschlagen. So, dies kann man nutzen und zwar ist das eine Entscheidung in einem Staat, wo diese Motti-Taktik dann angewendet werden soll und das gibt dann entsprechend krasse Boni oder starke Mali für den Gegner. Allerdings wird das mit jedem weiteren Staat, wenn man das aktiviert, immer teurer, kann aber auch deaktiviert werden. Wichtig ist aber, man muss den Staat noch kontrollieren, sonst kann man die Motti-Taktik dort nicht anwenden. Dann haben wir den Winterkrieg selbst. Der schaltet neue Unterstützungsbataillonen frei. Winterlogistik-Kompanien, also einfach nochmal die Winterkriegsführung wird nochmal gestärkt. Dann haben wir die Langstreckenpatrouillen, auch hier neues Unterstützungsbataillon, eben die Langstreckenpatrouille. Bessere Aufklärer, die werden mit diesem Fokus, die Sissi, noch besser. Und es gibt sogar Sami-Fahrtfinder, die allgemein die Verschleißrate im Winter nochmal reduzieren, Aufklärung und so weiter verbessern. Dann haben wir den Luftwaffenbereich. Da bekommt man wie üblich eigentlich Luftwaffenstützpunkte, XP-Boni für Flugzeuge. Ups, da wollte ich nicht draufklicken. Ja, Piloten, Flieger, Asse und auch bei der Marine ist jetzt, glaube ich, jetzt nicht so viel Besonderes dabei. Schiffbauindustrie, Marinebasen und diese Marineindustrie-Organisation, die ja neu mit dazu sind. Schauen wir mal in diesen politischen Bereich und zwar in den mittleren Bereich, in den historischen, wenn man das so sagen darf, wo man sich also einigermaßen historisch bewegt. Also der demokratische Bereich dann in gewisser Weise auch. Auch hier nur die interessanten Knackpunkte vielleicht. Hier ganz unten kann man je nachdem, was für einen Führer man hat, diesen nochmal stärken. Also hier braucht man Swin-Hufut oder Pasi-Kiwi bei Neuausrichtung des Kokoismus. Oder dies ist hier für Mannerheim gedacht und dies für Risto-Rüthi. Wobei ich nochmal wiederhole, diese Anführer sind halt für Finnland besonders oder für die skandinavischen Länder jetzt besonders entscheidend, weil sie eben diese... Ne, das trifft tatsächlich nur auf Finnland zu. Diese Agenda haben nur finnische Führer. Und das ist halt wirklich wichtig, weil es entscheidend die eigene Ausrichtung dann definiert. Ja, dann ganz wichtig natürlich in der Mitte hier unter Gemäßig der Politik geht es so um die außenpolitische Linie. Da kann man entweder den Alliierten beitreten. Man kann ja ein eigenes skandinavisches Ding machen, nördliche Verteidigungsfront. Oder man kann auf einsamer Wolf machen. Das ist dann gewissermaßen der historische Weg. Da kommt man dann auch zu der historischen Zusammenarbeit mit Deutschland. Ja, und vielleicht hier noch wichtig und zu erwähnen ist hier die Sache Ein-Hilfe-Schrei. Da muss man dann im Krieg sein. Allerdings darf man dann nicht diesen anderen faschistischen rechten Weg gegangen sein und deutschen Schutz suchen. Und da bekommt man dann schwedische Kriegsunterstützung und internationale Freiwillige mit Mannsstärke pro Woche und Moral und Ähnliches. Der Rest dieses Teils ist dann schon tendenziell eher nationalistisch und expansionistisch. Teilt man sich auch, wenn ich... Nee, teilt man sich... Doch, teilt man sich auch mit dem rechten Bereich? Wir gucken mal kurz. Findische Waffenbrüder, Lotta, nationaler Zusammenhalt. Genau, geht auch von rechten Politik über, richtig. Hier geht das mit hin. Also da gibt es so Überschneidungen zwischen dieser demokratischen oder historischen Linie und des rechten faschistischen Zweiges. Aber bei diesem faschistischen Zweig sind wir, wären wir dann schon in der alternativen Geschichte. Und da machen wir auch jetzt weiter. Ja, Finnlands faschistischer Weg fußt auf der tatsächlichen nationalistischen Lapua-Bewegung, an die das Ganze jetzt ja auch ein bisschen angelehnt ist. Man hat aber hier erstmal eine Grundsatzentscheidung zu treffen. Will man diesen Weg etwas langsamer begehen und über die Diskreditierung des demokratischen Systems gehen? Oder will man einen Bürgerkrieg durchführen, einen Militärputsch durchführen und vorbereiten? Das ist so die erste Grundsatzentscheidung. Wenn das dann erfolgreich ist, das Ganze, dann bekommt man Vilo Annala als Führer. Der hat natürlich auch eine Agenda. Er möchte eine große Armee haben, keine Kriegsverluste, also keine Niederlagen in Kriegen und möglichst wenig demokratische und kommunistische Unterstützung. Das führt dann bei ihm zu einem Vertrauen in der Bevölkerung. Ansonsten hat man dann in diesem rechten Weg erstmal diverse innere Angelegenheiten, die man organisieren, verbessern kann, diverse Institutionen, die man nutzen und stärken kann. Hier vielleicht zu erwähnen, Muster Paidat, das ist eine Jugendorganisation. Hier bekommt man dann eine besondere Milizeinheit freigeschaltet. Und also eine, genau, eine besondere Milizeinheit. Und eben sowas ähnliches bei dieser Sache, die ich jetzt kaum aussprechen kann und das glaube ich auch gar nicht erst versuche. Hier bekommt man eine eigene Divisionsvorlage, die sich, Designvorlage für die Division, die sich sehr gut als Garnison gegen Marineinvasion einsetzen lassen. Ich erwähnte schon das Thema Winterkrieg und hier hat man dann eben die Entscheidung, ob man den Hilfeschrei nutzt oder deutschen Schutz ersuchen möchte. Hat vielleicht allgemein so ein bisschen damit zu tun, wie man jetzt mit Deutschland umgehen will, wenn man faschistisch ist. Auch das steht von vornherein nicht ganz fest. So, und dann gibt es hier in diesem Bereich, den man sich erteilt, mit dem demokratischen Weg noch was Besonderes. Die permischen Teufel. Das Nicke Permi hat es gegeben. Der hat so eine Strafgefangenendivision angeführt und die erhält man dann auch hier, wenn man das entsprechend freischaltet. So, und dann muss man sich irgendwann entscheiden, was für einen außenpolitischen Weg man gehen will. Will man den Achsenmächten beitreten, Teil dieser Allianz werden oder geht man so einen eigenen Weg der finnischen Vorherrschaft über den Norden. Das meint dann hier aber durchaus auch die baltischen Länder. Interessant in diesem Zusammenhang ist noch finnischer Iridentismus. Hier wird ein letzter sogenannter Stammverwandtschaftskrieg ausgelöst. Das beruft sich auf so einen ähnlich bezeichneten Krieg nach Ende des Ersten Weltkriegs, wo man finno-ethnisch, finno-ugrische Ethnien unterstützt hat, die in der Sowjetunion lebten. Und das kann man jetzt hier wiederholen. Das kann im Übrigen auch ein blockfreies Finnland machen über den finnischen Eroberungszug. Da passiert im Prinzip Ähnliches. Und damit initiiert man dann einen Aufstand in den entsprechend kulturell finnisch orientierten Gebieten in der Sowjetunion. Und dann kann man sich entscheiden, ob man offen auf der Seite dieses neuen Kareliens kämpft, dieser karelischen Rebellen, oder sie nur indirekt unterstützt und nicht offen da nochmal in den Krieg eintritt. Das ist hier nochmal so eine besondere Geschichte. Das Ganze mündet dann in Großfinnland. Wie gesagt, das ist aber durchaus auch über diesem Weg etwas anders möglich, über den Weg der finnischen Neutralität. So, dann gehen wir ganz auf die linke Seite und gucken uns mal den kommunistischen Pfad an. Am Anfang muss man sich entscheiden. Es ist nämlich doch nicht ganz kommunistisch, sondern man muss sich entscheiden. Wirklich kommunistisch oder sozialdemokratisch. Und wenn man sozialdemokratisch wählt, dann hat man hier auch so eine Mischung. Dann gibt es Überschneidungen zwischen dem Bereich der finnischen Neutralität. Dann hat man einfach eine Sozialdemokratie mit einer besonderen Ausrichtung innerhalb der Neutralitätspolitik. Ja, da ist entscheidend dieser patriotische Sozialismus. Da übernimmt dann die Sozialdemokratische Partei die Macht. Und man bekommt Vaino Tanner, ein Präsident, deren Agenda hat eine hohe demokratische Unterstützung. Ist für ihn nötig. Kontrolle aller bisherigen Staaten, die Finnland kontrolliert. Genau, das sind, glaube ich, die entscheidenden Sachen bei ihm. Auf der anderen Seite, wenn man sich für den Kommunismus entscheidet, dann kommt es zwangsläufig zu einem Bürgerkrieg, zu einem zweiten finnischen Bürgerkrieg. Und diverse Entscheidungen, die dann freigeschaltet werden, helfen bei der Vorbereitung, vor allem über Berater und Ähnliches. Dieser Bürgerkrieg wird dann im Übrigen aber gegen die Faschisten im Land geführt. Wenn man das geschafft hat, gibt es dann entsprechend innere Angelegenheiten, die man im kommunistischen Sinne hier lösen kann. Man bekommt dort zwei mögliche kommunistische Anführer. Eimo Altonen, der hat die Agenda, dass er immer Kriege gegen faschistische Länder mitmachen möchte und eine hohe kommunistische Unterstützung im Land haben möchte. Oder Iriolainu, der will, dass es keine Unterstützung mehr gibt in Finnland für Faschisten und allgemein keine faschistischen Regierungen in Europa und eine hohe kommunistische Unterstützung. Also ihr seht, dass die Agenten sich durchaus unterscheiden und dass das sehr viel beeinflusst. Finnland kann auch Teil der Kommentaren werden, des Bündnisses mit Stadien, Sowjetunion. Dann bekommt man Otto Wille Cousinen, der hat die Agenda der Kontrolle über alle skandinavischen und baltischen Kernstaaten von Finnland. Die müssen, nein, also alle skandinavischen und baltischen Kernstaaten müssen von Finnland oder Verbündeten kontrolliert werden. So ist es richtig. Also das ist ein bisschen ahistorisch, weil der nicht so expansionistisch orientiert war, aber sie haben das in die Richtung so ein bisschen hingedreht. So, entscheidend ist dann natürlich, egal ob man sozialdemokratisch geht oder ob man kommunistisch geht, wie verhält man sich jetzt mit der Sowjetunion. Da gibt es zwei Möglichkeiten, wie ihr seht, einmal die Annäherung oder die Anfeindung mit diversen Konsequenzen. Und damit zusammenhängt dann durchaus auch die Bündnisfrage. Es gibt hier drei sich ausschließende Varianten, also einmal der Kommentaren beitreten und der Führung der Sowjetunion. Man kann dann den Alliierten beitreten, an die großen Demokratien angleichen oder auch hier kann man einen eigenen Weg gehen, also auch einen eigenen kommunistischen Weg unter dem Nordstern vereint. So heißt das Ganze dann. Ja, was vielleicht noch erwähnenswert ist, ist diese Großfinnische Föderation. Das bezieht sich dann auf Gebiete, wo Finnen in der Sowjetunion leben oder in Russland leben. Ja, da bekommt man dann entsprechend Ansprüche noch in diese Richtung. Ja, das ist im Prinzip ein Überblick über diese diversen Möglichkeiten, diese großen Fokusbäume für Finnland. Zum Schluss, was heißt zum Schluss, bezüglich Finnlands sei noch erwähnt, dass es natürlich auch diverse Events gibt. Zwei sind hervorzuheben. Es gibt eine Ereigniskette, der weiße Tod. Es beschäftigt sich mit den finnischen, berühmten finnischen Scharfschützen und diversen Auswirkungen auf Finnland, auf die Kampffähigkeit, aber auch auf die Kriegsgegner im eigenen Land. Und dann gibt es auch noch eine Spezialmöglichkeit, wenn man dann im Krieg mit der Sowjetunion ist, dann gibt es die Möglichkeit als Entscheidung, ja quasi die Seiten zu wechseln, mit Deutschland in den Krieg zu gehen, voraussetzung, dass Deutschland auch mit der SU im Krieg ist und dafür einen Waffenstillstand mit der SU zu bekommen. Das wird dann vermutlich hier Konflikte an der norwegischen Grenze mit Deutschland bedeuten, beziehungsweise Deutschland hat dann irgendwelche Entscheidungen dazu treffen. Das führt dann zu einem Lapland-Krieg, also nochmal ein ganz besonderer Weg, der da auch möglich ist. Soweit zu Finnland, kommen wir gleich zu Schweden. So, und da sind wir in Schweden. Schweden ist ja im Zweiten Weltkrieg das einzige skandinavische Land, das nicht angegriffen wurde und konnte deshalb neutral bleiben gegen gewisse Zuständnisse in Richtung Deutschland. Insofern kann ich jetzt gleich vorweg sagen, ist der eigentlich historische Baum, der Fokusbaum, den wir in Schweden sehen werden, nicht so wirklich historisch, weil sich die Entwickler dazu entschieden haben oder die Prämisse gesetzt haben, dass der Spieler, wenn er Schweden will und demokratisch bleiben will, auch irgendwie in den Krieg eingreifen will. Das vielleicht vorweg gesagt, dazu kommen wir gleich noch. Schweden hat ein paar interessante Nationalgeist-Elemente, die eine wichtige Sache darstellen, weil sie mit vielen Dingen zusammenhängen. Einmal Hungerskjölk, das ist so eine Art Wortspiel, bezogen auf einen früheren Politiker, Hamerskjölk, glaube ich, der dem vorgeworfen durch seine Außenpolitik da eben Versorgungsengpässe erzeugt zu haben. Es ging darum, dass die Alliierten aufgrund des Erzhandels Schwedens mit den Deutschen ein Embargo gegen Schweden verhängt haben und da gab es dann große Sorgen. Hier ist die wichtige Mechanik, wenn die Stabilität unter 65 Prozent liegt, dann kann es Streiks oder Unruhen geben. Im Moment sind wir bei 79 Prozent, ist überhaupt kein Problem, der Grund dafür ist Volkhämmet. Volkhämmet ist die sozialdemokratische Wohlfahrtspolitik, die in Schweden schon früh begonnen hat, schon in den 20er Jahren und dann auch in den 30ern, die dazu geführt hat, dass es eine sehr hohe innenpolitische Stabilität gab. Und die sichert das erst einmal. Das Problem ist, dass das durchaus historisch auf Kosten der Verteidigungsfähigkeit des Landes gegangen ist. Und das ist so das Hauptthema dieser schwedischen Innenpolitik und der Schwerpunkte. Das heißt, im Moment ist dieser Wohlfahrtsstaat noch ein Puffer gegen Streiks und Instabilität. Aber wenn man sich auf den Krieg vorbereiten will, dann wird man diesen Volkhämmet, ja, das wird man dann verändern müssen. Und dann wird dieser Stabilitätspuffer aufgebraucht sein. Und das ist halt die große Frage, wann bewaffnet man sich als Schweden und wie vermeidet man dadurch, ja, oder wie Nachteile im Zusammenhang eben mit diesem Hungerskjölk. So, und da gucken wir jetzt mal in diesen Fokusbaum hinein. Auch hier erstmal kurzer Überblick. Wir haben hier am Anfang so ein Industriezweig, zu dem wir gleich kommen werden. Links Militärindustrie. Dann haben wir unter dem Industriezweig die politischen Zweige. Und hier rechts oben sind dann wieder die gemeinsamen Zweige, wenn es so ein skandinavisches Bündnis gibt. Fangen wir mal an mit diesem Industriezweig. Der ist ganz interessant. Also erstmal der Staat, wenn man das hier wählt, Verteidigungsabkommen führt dazu, dass man die Möglichkeit hat, seine politische Führung auszutauschen. Da kann man dann unterschiedliche Führer wählen, die dann entsprechend natürlich unterschiedliche Boni geben. So, und hier gibt es viele alternative Entscheidungen. Entweder man stützt hier weiter den Wohlfahrtsstaat, den Sozialstaat über Armutsbekämpfung, staatlich bezeiten Urlaub und so weiter. Oder stärkt eben die Militärindustrie, die Verteidigungsgeschichten und holt sich dort Boni entsprechend ab. Das hat jetzt erstmal noch keine Auswirkung auf das Volkshemmet. Der Grund dafür ist, dass das hier drin ist, ist die Abwägung, dass man durchaus hier sozialpolitische Maßnahmen ergreifen kann, um zusätzliche Stabilität zu erhalten, um diesen Hungerskirk zu verhindern. Weil hier in diesem Zweig wird Volkhemmet, dieser Modifikator, deutlich umgebaut und verliert deutlich an diesem Stabilitätszuschuss. Das heißt, man kann versuchen, das zu kompensieren mit anderen Wohlfahrtsmaßnahmen, sozialpolitischen Maßnahmen. Das ist so ein bisschen die Struktur, die dahinter steht. Wenn man keinen Bock hat auf diese Volkshemmet-Mechanik, dann kann man hier unten über wirtschaftliche Liberalisierung dies auch komplett entfernen mit entsprechenden Konsequenzen. Auch hier gibt es aber einen Stabilitätsabzug von minus 10 Prozent. So, kommen wir mal zu diesem militärisch-industriellen Zweig. Hier haben wir einmal so einen zentralen Bereich, so wie das Barometer fällt. Und dahinter verbergen sich dann die wichtige Verbesserungen für die Armee, wobei man hier dann eine Grundsatzentscheidung, ja, hier hat man zu entscheiden, ob man eher so defensiv oder offensiv stärkt und in die Richtung geht. Und jetzt ist wichtig, dass viele militärische Schwerpunkte hier eben diesen Volkshemmet-Modifikator verändern. Wir können mal gucken, bei Saab-Gründen führt das dazu, seht ihr unten modifiziert, Volk-Hemmet-Kriegsunterstützung plus 16 Prozent, Stabilität minus 16 Prozent. Das gleiche hier bei den Beauforts-Panzerabwehrgeschützen. Und wenn man das jetzt alles einführt, und vermutlich muss man das tun, um eine schlagkräftige Armee zu haben, dann wird Volk-Hemmet in dieser Form, hilft zwar für die Kriegsunterstützung, aber erhöht nicht mehr die Stabilität, wie es bisher tut. Und dann kann es eben zu Streiks kommen und da ist halt die Frage, wie man das dann kompensiert. Das ist so der Punkt dorthinter. Ja, so. Und hier gucken wir uns ein paar interessante Sachen vielleicht nochmal an. Beauforts ist natürlich sehr berühmt. Das ist dann auch verknüpft mit entsprechenden, schauen wir mal, mit entsprechenden militärischen, industriellen Organisationen. Hier haben wir unten Beauforts. Und da zum Beispiel, um jetzt dieses berühmte Panzerabwehrgeschütz zu bauen, muss man dann auch diesen Schwerpunkt erstmal freigeschaltet haben. Also so ist das auch mit der Mechanik noch verbunden. Ah, ich war hier schon drin. Okay, kehren wir aber mal hier zurück. Kurz zum Marinebaum. Hier ist so eine zentrale Entscheidung, die zu treffen ist, ob man über Großschiffe, über Schlachtschiffe versucht zu gehen oder die Werften umrüstet, um so einen Weg über U-Boote und leichte Schiffe zu gehen. Dann spielt auch für Schweden der Winterkrieg, also der finnisch-sowjetische Krieg, eine Rolle. Und da hat man drei Möglichkeiten, sich da zu positionieren. Einmal kann man Expeditionstruppen senden, schwedisch-freiliebigen Gruppe. Oder man kann die finnische Schwäche ausnutzen, um sich Orland zu schnappen. Oder man kann direkt mit Finnland gemeinsam in den Krieg gegen die Sowjetunion eintreten. Das ist hier einfach nochmal so ein Sonderaspekt. Dann kommen wir zu den politischen Zweigen. Und ich würde starten mit dem, ja, nicht dem historischen, sondern dem demokratischen Zweig. Denn, ich erwähne, historisch ist das jetzt nicht. Die Entwickler gehen davon aus, dass man bei Hearts of Iron den Weltkrieg spielen will und nicht einfach neutral bleiben will und nichts tun will. Finde ich ein bisschen schade, weil man könnte es ja trotzdem auch irgendwie machen und versuchen. Andererseits kann man es ja auch. Man nimmt dann einfach nicht diese Geschichten. Ja, weil es gibt ja jetzt die Möglichkeit, zum Waffenhändler zu werden. Und Schweden wäre schon irgendwie das geeignete Land, um so einen Weg mal auszuprobieren. Nun gut, wie auch immer. Es gibt also hier dieses demokratische Kriegskabinett, das man hier für diesen Bereich aktiviert. Und da gibt es ein paar witzige Sachen. Zum Beispiel den Bus von Per Albin Hansson. Den gibt es wirklich. Da hat man sich gedacht, dass im Falle eines Krieges die schwedische Regierung in diesem Bus umzieht. Und, da haben es sicher mehr Busse, weiß ich nicht, und halt so eine mobile Regierung dann darstellt. Und das ist wie so ein Provinzeffekt oder Staatseffekt. Und den kann man also von Staat zu Staat schicken. Und dort erhöht er dann halt die Widerstandsfähigkeit, erhöht die Kapitulationsgrenze entsprechend. dieses Staates. Kann aber halt nur in einem Staat sein. Wichtig ist aber, wenn der Staat besetzt wird und der Bus noch da ist, dann stirbt der jeweilige Minister, Premierminister, Präsident des Landes. Ja, das ist ganz interessant. Und dann wollte ich euch auf eine andere Sache noch hinweisen. Das Kreuz, das wir tragen. Da geht es darum, dass man jetzt die anderen skandinavischen Staaten unterstützt bei der Befreiung. Und hier bekommt man einen Kampfbonus, je mehr skandinavische Länder man dann irgendwo befreit hat, beziehungsweise besetzt sind und später befreit hat. Also das ist so ein bisschen das Thema, dass man hier als demokratische Schweden den anderen skandinavischen Ländern zur Seite springt. Sehr spannend ist der nordische Verteidigungsrat. Das ist aber ein bisschen komplizierter, muss man gut aufpassen. Hier muss man vorher erstmal eine Grundsatzentscheidung treffen mit Blick auf die Sowjetunion. Der alte Feind regt sich und darf nicht die zweite industrielle Revolution fortsetzen. Das heißt, dieser Weg wird dadurch erstmal ausgeschlossen und ist aber durchaus vereinbar mit dem demokratischen Weg. Der nordische oder ist eigentlich nur dadurch gangbar, nicht über den faschistischen oder monarchistischen Weg, den es auch noch geht. Ja, was macht der? Das führt dazu, dass es zu einer Zusammenarbeit kommt zwischen diesen skandinavischen Ländern. Und dann muss man sich entscheiden, wie man diese militärische Zusammenarbeit organisiert. Nämlich über ein zentrales Armeekommando oder ein dezentral. Dezentral heißt einfach, es gibt ein normales Bündnis und die KI steuert ihre Armeen weiter. Aber wenn man ein zentrales nordisches Armeekommando macht, dann übernimmt der Spieler Schweden damit die Kontrolle über sämtliche Armeen der skandinavischen Länder. Und dann kann man also das komplett führen und also auch kontrollieren. Das ist ein ganz interessantes Modell. Außerdem gibt es auch so einen kleinen Late-Game-Baum, nennen wir das. Da geht es also darum, was passiert nach dem großen Zweiten Weltkrieg, so wie er simuliert wird. Die Bedrohung des Eisernen Vorhangs. Da gibt es dann entsprechend noch neue Möglichkeiten mit dem Ziel, halt immer noch mit dieser russisch-sowjetischen Bedrohung umzugehen. Ja, Präventivschlag. Aber tatsächlich, interessanterweise, Präventivschlag, Kriegsziel, Marionette gegen deutsches Reich sehe. Wobei das Zeichen sieht irgendwie nicht aus wie das deutsche Reich. Aber ich vermute, das ist so gemeint, dass man, bevor die Sowjetunion dort quasi die DDR gründet, dass man selber versucht, präventiv Deutschland aus dem Einflussbereich der Sowjetunion rauszunehmen. So würde ich das interpretieren. Also hier ist nochmal so eine ganz eigene kleine Geschichte, die sich dahinter verbirgt. Hier gibt es nämlich auch die Möglichkeit, noch zu einem skandinavischen Bündnis zu kommen, wenn man den Weg jetzt nicht gegangen ist. Es ist zwar dann kein zentrales Ding, aber auch über diesen Zweig kann man das machen, wenn man den kommunistischen Weg gegangen ist. Ja, und da kommt nämlich auch dann zum letzten Teil. Ne, Quatsch. Jetzt kommen wir erst zum alternativhistorischen Teil und beginnen genau mit dem kommunistischen Teil. Wenn man kommunistisch wird, dann bekommt man einen sehr besonderen Führer, Nils Pflück. Der ist deshalb besonders, und wenn wir hier drauf gehen, sehen wir das auch gleich, weil der ein kommunistischer Führer war, der antisowjetisch eingestellt war und pro deutsches Reich. Dementsprechend verbessern sich die Beziehungen zum Deutschen Reich gewaltig und verschlechtert sich die Beziehungen zur Sowjetunion dramatisch. Ich habe gelesen, dass man sich sogar, und das finde ich irgendwie sehr merkwürdig, aber scheint zu gehen, mit diesem kommunistischen Führer der Achse anschließen kann. Auf jeden Fall kann man als kommunistische Schweden nicht der Kommentaren beitreten. Das geht aufgrund dieser Spezialgeschichte nicht. Aber wenn man das nicht mag, diesen Führer, der so profaschistisch ist, gibt es eine Möglichkeit, noch einen zweiten da an die Macht zu bringen, der eher in Richtung Alliierte tendiert. Dann gibt es ja noch kleine Sondergeschichte, Gegenrevolutionen verhindern, da gibt es so faschistische Gegenrevolutionäre, da wird man erfahren, dass ein paar Generäle da mitmachen, mit denen muss man dann umgehen, entscheiden, was mit ihnen passiert. Ansonsten gibt es dann in politische Reformen verschiedene Berater und dann kann man eben Einfluss auf die skandinavischen Nachbarn nehmen und diese ebenfalls kommunistisch machen, mit dann diesem Ziel hier vielleicht ein eigenes kommunistisches Verteidigungsbündnis zu bekommen, über diesen Late-Game-Fokus, über den ich eben schon gesprochen habe. Ja, das ist der eine Weg. Und dann haben wir noch den faschistisch oder monarchistischen Weg, den Schweden ebenfalls gehen kann. Der Beginn ist erstmal derselbe, rote Diktatur verhindern. Aber dann muss man sich schon entscheiden, und zwar will man die Faschisten untergraben, das ist dann der Weg zur Monarchie, oder will man die Antimilizgesetze aufheben, das sind Gesetze, die die Schweden wohlweislich in den 20er Jahren, glaube ich, beschlossen haben, gegen diese nationalistischen Strömungen, gegen diese nationalistischen Milizen, die es in anderen Ländern ja gegeben hat. Die kann man aufheben und das ist der Weg dann ins nationalsozialistische Schweden. Hier bekommt man dann zuerst Stormtrupper, so heißen die, Stormtrupper-Milizdivisionen, die einem dann bei einem Bürgerkrieg am späteren helfen werden. Auf der anderen Seite kann man eben ein Treffen mit dem König abhalten und da gibt es so eine besondere Mechanik, dass Entscheidungen freigeschaltet werden, mit denen man, also der König reißt dann durchs Land und da kann man dann bestimmten Bevölkerungsgruppen so Versprechungen machen, um ihre Unterstützung zu erhalten. Da muss man dann irgendwelche Ziele, sowas wie Mini-Quests erreichen. Das ist quasi dieser Weg. Auf der anderen Seite, wenn man faschistisch geht, gibt es die Grundsatzentscheidung, will man die deutsche Hilfe beim Bürgerkrieg in Richtung Faschismus oder will man das selber machen, ohne die Deutschen? Wenn man die deutsche Hilfe will, dann öffnet sich eine ganz eigene Geschichte, denn man wird in dem Falle erst einmal zur Marionette Deutschlands. Und dann spielt sich das ganze Spiel dahingehend, dass man sich überlegen muss, ob man diese Marionette bleiben will und immer mehr Rechte und Möglichkeiten bekommt und am Ende die Führung als Reichsprotektorat Nordland übernimmt. Oder ob man immer weiter seine Unabhängigkeit oder seine Unabhängigkeit stärkt, sagen wir es mal so, um dann irgendwann sich loszulösen von Deutschland und sogar einen Unabhängigkeitskrieg gegen das Deutsche Reich zu starten. Schweden rebelliert mit dem Ziel, eine neue eigene skandinavische Ordnung zu bauen. Das ist also hier die Geschichte, die da dann möglich ist und erzählt wird. Die Alternative ist, wie gesagt, wenn man nicht mit Deutschland geht, sondern allein faschistisch werden will oder allein monarchistisch werden will. Das mündet dann in einen gemeinsamen Pfad wieder. Die Gegenrevolution. Da muss man dann irgendwie Verpflichtungen gegenüber den Fraktionen da erfüllen. Und hier habe ich es so verstanden, dadurch, dass man, wenn man den faschistischen Weg gegangen ist, hat man nicht diese Verpflichtungen. Dann kommt es, glaube ich, an dieser Stelle zum Bürgerkrieg oder eben nicht, wenn man die Verpflichtungen erfüllt hat. Man kann also auch friedlich monarchistisch werden. Bin ich mir nicht hundertprozentig sicher, aber so habe ich das System verstanden. Das ist ein bisschen kompliziert. Auf jeden Fall, wenn man das dann geschafft hat, entweder friedlich oder mit Bürgerkrieg, dann hat man diverse expansionistische Möglichkeiten. Das läuft meistens über so mini-regionale Konflikte, die Narvik-Krise, Bornholm-Krise, Orland-Problemen und so weiter, um dann expansiv in Richtung Norwegen, Dänemark zu gehen, Finnland zu gehen. Wobei, bei Finnland hat man die Entscheidung, man kann auch mit Finnland ein Bündnis schließen, sodass es unabhängig bleibt und sich auf diese Art und Weise gegen den Bolschewismus wenden. Das geht aber natürlich auch ohne ein Bündnis mit Finnland. Man kann sie auch erobern. Es gibt aber noch eine Art, wie man auch ein bisschen kooperativ vorgehen kann, nicht ganz so isoliert sein muss. Man kann sich dann auch den Alliierten nähern. Wobei das natürlich nicht geht, wenn man sich den Deutschen angeschlossen hat. Also, das ist möglich. Das heißt, ich bin mir nicht, man wird, glaube ich, nicht. Ah, älteste Eigenes, Schweden will sich Alliierte anschließen. Aber das würde ja bedeuten, dass man zumindest faschistisch sein kann und sich den Alliierten anschließen kann. Interessant. Aber man darf halt nicht diesen deutschen Weg gehen. Ja, spannend. Oder eben monarchistisch. Also, das geht auch. Da gibt es dann aber, wenn man das macht, bekommt man als Belohnung ehemalige Kolonien zurück. Von den Vereinigten Staaten sogar. Von UK, von Frankreich. Teilweise in Indien und Afrika und Ähnliches. Und in Amerika. Auch eine ganz spannende alternative Geschichte. Ja, und dann, das Ende ist dann das Großnordische Reich hier. Und wenn man gegen die Sowjetunion geht, dann die Rückeroberung der Rus als alternativhistorische Fantasie. Darüber hinaus gibt es auch noch während des Krieges sogenannte Flashpoint-Events für Schweden. Zum Beispiel versehentliche Bombardements der Sowjetunion und wie man darauf reagiert. Inwieweit man Hilfe für Finnland leistet und, und, und. Ja, und natürlich, und das gilt für alle skandinavischen Staaten, wird es neue 3D-Modelle geben. Einheitenmodelle, Panzermodelle und so weiter. Da ist natürlich einiges, was da noch dahinter steckt. Ganz zum Schluss eine wichtige Sache, die jetzt mit Schweden nochmal zusammenhängt. Aber die Gesamtbalance des Spiels doch deutlich verändert. Und zwar geht es um Stahlvorkommen in Europa, vor allem das Deutsche Reich betreffend. Dazu muss man wissen, dass das Deutsche Reich extrem angewiesen war auf schwedisches Eisenerz. Dass sie eben, ja, über Schweden bezogen haben. Deswegen spielte NAVIC auch so eine große Rolle. Deswegen geht man davon aus, gab es auch diese Annexion, diese Schnelle von Norwegen, beziehungsweise die Alliierten versuche, das früh zu verhindern und zu stören. Also das schwedische Eisenerz war von größter Bedeutung. Und das soll im Spiel jetzt eine große Rolle spielen. Das haben sie dadurch gemacht, dass Deutschland deutlich weniger Stahl zur Verfügung hat in dem eigenen Territorium und auch in Frankreich deutlich weniger Stahl ist als bisher. Das heißt, schwedischer Stahl und der Handel damit wird für Deutschland wichtiger. Um das so ein bisschen Deutschland dazu helfen, gibt es einen neuen Fokus, der dazu führt, dass man teilweise sämtliche Ressourcen von Westerbotten erhält und NAVIC. Die NAVIC-Geschichte hier oben spielt auch noch eine größere Rolle. Operation Weserübung bringt einem dann direkt dort ein bisschen was. Also das ist alles verändert, damit einfach dieser skandinavische Schauplatz für das Deutsche Reich selbst noch mal relevanter wird, was die Ressourcen betrifft. Soweit ein Überblick über Finnland und Schweden. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Ihr habt einen stärkeren Einblick bekommen, inwieweit diese Fokusbäume hier organisiert sind in diesem DLC. Ich wünsche euch viel Spaß damit. Bis dahin, macht's gut, euer Steinbein.